Weißt du, Littlefoot, ich hatte nie vor, so ein, wie soll ich sagen, Schwindler zu werden. Es ist einfach passiert. Als ich jung war, da war ich ziemlich schüchtern. Nicht zu hören und kaum zu sehen. Und als Wanderer vom geheimnisvollen Jenseits erzählten, da konnte ich vieles nicht verstehen. Als ich älter wurde, erzählte ich es weiter so, als hätte ich es selbst erlebt. Alle sahen mich an und sie glaubten daran. Nur du, mein Freund, du nicht. Deshalb hatte ich es mit dir so schwer, Littlefoot. Du warst so neugierig, so schlau. Deine Fragen waren immer gut und ich hatte Angst, dass du mich bei einer Lüge ertappen würdest. Deshalb war ich oft so rau. Ging es um ihre Würde? Ja, ich glaube schon, denn siehst du, jeder will doch, dass man ihn achtet. Jeder will gern wichtig sein. Jeder will nur zu gern im Scheinwerferlicht stehen. Und alle hören ihm zu, ob groß, ob klein. Ist man auch gerade aus einem Ei geschlüpft? Oder ist man schon großväterlich? Jeder will, dass man ihm zuhört, ihm ganz allein. Damit meine ich auch mich. Jeder will doch, dass man ihn achtet. Jeder will, dass man ihm liebt. Ob du drei Hörner auf deinem Kopf hast. Oder einen Schnabel oder ein Schwanz, der piekt. Manchmal möchte man ganz einfach faszinieren. Man erzählt was mit viel Fantasie. Jeder sagt bald Dinge, die nicht ganz stimmen. Jemand, der so ist wie sie. Wir werden gern bewundert. Wir wollen, dass man uns liebt. Wir sind gern etwas anders. Alle sollen wissen, dass es uns gibt. Doch jeder für sich ist auch bedeutend. Das habe ich gelernt. Jedes Wesen hat seinen eigenen Platz. Was? Im Rest? In der Herde. In der Familie. In der integrate, wir müssen noch nicht Achtung und Respekt kann man leider nichts erzwingen. das verdient man sich dann und wann. Wer hätte gedacht, dass ich nach all der Zeit noch so viele Dinge lernen kann. Danke, dass ich das bei euch lernen konnte. Man ist niemals zu alt. Dazu.